Sterling, er findet den Mitspieler. Das ist jetzt seine Chance, Lacazette und Tor, den macht er, aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob er das so wollte, aber es passte perfekt. Trauen wir ihm das doch einfach mal zu, Wolf, so ist der Schuss auf jeden Fall unhaltbar.